Ich bin Ihr Gärtner Plüschke. Jetzt im Frühling ist es an der Zeit, auch einmal in den Ecken des Gartens für Ordnung zu sorgen, in denen sich das schleichende Chaos breit gemacht hat. Das kennen Sie doch auch. Die Westerwäldchen sind verblüht, das Brüderle Kraut zeigt hässliche Seitentriebe und auch mit der Homburgensie ist kein Start mehr zu machen. Da heißt es für Sie umgraben, zurückschneiden und neu pflanzen. Eine schöne Röslerhecke zum Beispiel, die wirkt jung, frisch und auch etwas exotisch, kommt aber mit dem heimischen Boden gut zurecht. Und wenn so eine Röslerhecke erst einmal in aller Pracht steht, dann sieht Ihr Gartenbesucher auch nicht mehr, dass dahinter immer noch das alte Chaos herrscht. Gerade beim Rösler gilt ja die alte Gärtnerweisheit. Wo die Substanz nicht reicht, muss es zumindest die Optik bringen. Ihr Gärtner Plüschke wünscht Ihnen dabei viel Spaß und immer eine Handbreit Boden unterm grünen Daumen.